Mit den HK-Produkten verbinden unsere Kunden Professionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Dies erreichen wir mit einer durchdachten Produktion, mit langjähriger Erfahrung und mit viel Kompetenz. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteile erreichen wir ein Höchstmaß an Qualität. Alle Fertigungsschritte sind darauf ausgelegt, unsere HK-Produkte in höchster Qualität und Präzision herzustellen. Hierfür werden ausschließlich hochwertige Materialien und die besten Maschinen auf dem Markt verwendet. Ein strenges ISO-zertifiziertes Qualitätsmanagement gewährleistet die hohe Belastbarkeit und bekannte Langlebigkeit unserer Produkte. Unsere HK-Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass alle Schritte entlang des Produktentstehungsprozesses ineinander greifen und somit diese hohe Produktqualität gesichert ist. Bei der Entwicklung und Produktion unserer Qualitätsprodukte greifen wir auf viele Jahrzehnte Erfahrung zurück. Alle Mitarbeiter arbeiten in allen Produktionsschritten mit Leidenschaft und höchster Sorgfalt an jedem einzelnen Produkt. Dabei geht erfahrenes Handwerk Hand in Hand mit dem Einsatz topmoderner Roboter und Maschinen. Unsere Maschine arbeitet präzise und effizient, aber die Qualität macht der Mensch. Dank langjähriger Erfahrung werden alle Produktionsprozesse ständig optimiert. Automatisierte Arbeitsschritte unterstützen die Fertigung ressourcenschonend und hochpräzise. Für die abschließende Montage unserer HK-Produkte ist jedoch noch immer genaue Handarbeit gefragt. Hier arbeiten ausschließlich Menschen an der Perfektion unserer Produkte. Unsere HK-Produkte bieten eine hochwertige Industriequalität zum fairen Preis. Und das alles mit einer Produktion Made in Germany. Untertitelung des ZDF für funk, 2017